Open your heart, come with me. Meine Erfahrung mit der Zeit beschränkt sich nur noch auf das eine Gefühl. Sie fehlt. Ich versuche doch ständig effizient zu sein und Zeit zu sparen. Mein Rechner, mein iPhone und meine Highspeed-Internet-Verbindung sollten mir eigentlich dabei helfen. Doch irgendwie habe ich nicht mehr, sondern immer weniger Zeit. Woher kommt meine verdammte Raserei? Weil wir so viele Möglichkeiten haben, dass die Maschinen rund um die Uhr laufen, dass das Internet rund um die Uhr läuft, diese Geschwindigkeit lastet uns immer mehr Entscheidungen auf. Speed has become more critical to our business. It's all about delivering the news faster than anybody else because they can profit from it. Customers are looking at microseconds performance. This is a weapon of mass destruction. The computer. Wenn es die Möglichkeit geben wird, uns mit einer Fusion von Technik und Gentechnik zu verbessern, dann werden wir das tun, um Leistungen zu erhöhen und eben auch Geschwindigkeiten zu steigern. Das geht mir echt am Arsch vorbei. Ross National Happiness is an approach to development where we view time as life and not time as money. Here we are, growing trees that we hope will stand tall a thousand years from now. Ich denke, auch nicht so weit nach vorne. Ich nehme es, wie es kommt, den einen Tag um den anderen. Seize control of your time so that you do things which you value.